So, welcome back. Helena, ja, ja. Versuch uns jetzt noch einmal. Und dann, äh... Oder ich mach einfach so ein Outtake-Gebis. Und schneid einfach die Versuche ein bisschen zusammen, so... Die Highlights, wenn ich Lust hab. Können wir ja da zusammen irgendwie schneiden. Ja. Weil dann schneide ich wirklich hier das ganze Fällen zusammen. Weg da, weg da, weg da! Ah nee, das bist gar nicht du, ne? Okay. Oh, überleg mal, wir machen jetzt ne Challenge. Und das ganze Spiel auch völlig nur mit dem Messer. Ey. Ah. Hab ich dich grad umgedreht, ne? Ja. Wo ich ihn grad schön boxen wollte, den Typen. Ich hab keine Ausdauer mehr. Leute, es hat gereicht, ihn noch so kurz anzustupsen. Ich leg hier mal wieder so'n Fernzünder hin. Jo. Die kommen aber nur von dort, sonst nirgends noch. Ne, auch von der Seite teilweise. Aber dann Schreihals grade. Ja. Also, auf die reinzukommen. Ich schieße ihm hinterm Zaun schon ab, dann direkt. Hinter dir, genau hinter dir. Okay, Schreihals ist tot. Das war's mir wert, ey, statt zu riskieren. Oh. Oh. Oh, ich hab nen Fernzünder-Sprengsatz. Was? Was? Oh Gott. Ich laufe. Und ich laufe. Oh Gott. Das hat er uns schon zu Füßen. Er wollte mich grad angrabbeln. Da ist n Schreihals, ne? Ja. Und Granate. Fliegt. Treffer. Freiheits. Kommt. Mach auf, mach auf, mach auf. Sehr schön. Achtung, der schreibt nochmal. Ja, hier ist ein Typ an mir. Okay. Rein. Scheiß auf die Gegner. Einfach schnell da rein. Los, 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 los. Lauf, lauf, lauf. Ich hab's jetzt die Erfahrungspunkte nicht einsammeln können, aber was hab ich gelernt? Nicht einsammeln. Ich hab noch ein bisschen Muni mitgenommen. Ich hab noch ein bisschen geholfen lassen. Alter. War das übel. Bist du... Entschuldigung, Leute. Wir sind nicht Rescu-Worker. Okay, ab hier kenn ich's jetzt wieder. Klar. Alles klar. Glaub ich. Aber... Ich muss gleich meinen Rollladen runter machen. Was ist hier? Achso, nur außen. Ah, da sind zwei Fässer. Die Resident Evil 4 Fässer. Ja? Ja. Weißt du was? Die machen's jetzt ganz klassisch wie ein Resident Evil 4. Besser. Ja. Sau cool, ey. Der hier ist. Ah, Wand. Oh, das hat keiner gesehen. Ihr Fässer. Jo, boxt mich. Geht da nirgends rein? Doch, hier geht's rein, aber da ist nichts. Jetzt glaube ich nicht, dass da nirgends ist. Kein Schlagen symbol... Lauf! Ne, ich will halt noch fahren. So, bevor wir da jetzt irgendwas triggern... Guck mal, da kann ich dich hochwerfen. Ach, wir brauchen, glaube ich, hier für die Prodester. Ja. Alles klar, hier oben ist ein Protest, wo ich das hinlegen kann. Ja, auf der Rückseite ist auch noch was. Die beiden. Ah. Guck mal, da vorne kannst du... Ja, da kannst du nen Leiter runterlassen für mich. Mach ich das? Hm. Du willst das Spiel doch selber durchspielen. Ich kenn das. Ah, hier liegt noch übrigens ein grünes Graut, ne? Wo? Hier bei mir. Wo? Hier direkt. Doch, auch da. War da hinten noch was? Ne, ne. Also links ist auf jeden Fall nix mehr. Hier hab ich halt noch nicht geguckt. Was? XA. Kraut, 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 Kraut. Was war eins? Grünes. Scheiße, hauptsache Kraut. Ich darf doch wohl noch fragen, Madame. Ist ja gut, Sir. So, hier muss das rein und dann müssen wir wahrscheinlich das da hinten holen. Ich würd mal sagen, hier. Ja. Willst du die aufmachen? Meins. So, dann schmeiß das mal drauf. Ich geh hinten hin. Wir müssen ja wahrscheinlich gleichzeitig hinlegen. Okay, jetzt zähl dann runter. Ja, ich setz hier einfach hin, dann sehen wir's ja. Achso, musst du nur V drücken. Aha. Interessant. Aha. So, wissen wir jetzt, was in Kirschen losgeht. Ob Micha das auch weiß. Wobei, ne, es ist ja nicht wirklich ne Kirsche, es ist ja ne Kathedrale. Ja. Oh nein, nicht das, ey. Wie viel AP hast du denn noch? Ich hab drei. Wie viele Pillen hast du noch? Vier. Vier? Ja. Benutzt du auch mal eine? Oder genug? Dankeschön. Achso, ich muss auf die andere Seite. Leon! 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 Das wird lustig. Hm. Na, eigentlich nicht, aber... Alter. Okay. Und ich muss bei mir nichts machen? Ne, du musst dann die Statue laufen, dann Leertaste drücken. Helena! Es ist ein Verwalt auf diesen Statuen, das sie ausbreitet. Ja, ja. Hab ich schon gemacht. Jetzt? Jetzt geht's weiter. Und wir ziehen anderthalb ab, oder einen Treff findet ihr eher. Oh mein Gott! Das wird lustig! Das wird ein bisschen, Daisy. Wir haben keine Zeit für diese Scheiße. Oh! Oh, da hinten! Das hab ich gar nicht gesehen! Alter, das ist Öl! Schon klar, ja. Okay, okay, okay. Lies mich nicht ab, Bitch! Bitch! Drück doch! Alter, sie drückt nicht! Alter, sie drückt nicht! Alter! Alter! Wie viel sind denn das, bitte? Okay. Nein, du sollst dich das eben enthauf machen, du... Oh, du Idiot! Tut sich nichts mehr. Was ist jetzt endlich mal... Ne, kommt nochmal her. Alter! Das ist im Vergleich echt... Oh, hat er mich angeschossen. Das ist echt sau einfach im Vergleich zu dem anderen Zeug. Oh, es geht weiter. Okay, let's go. Da leuchtet doch schon eine. Seh ich doch. Die leuchtet zu dir rüber. Entzünden Sie die Lichter der Statue. Ah, ne, bei dir liegt ne Waffe, ne? Ja, das ist ne Waffe. Dann nimm mit! Von welchen roten Leuten. Dann nimm mit! Ja, lass mich hier erstmal die Fässer kaputt machen, nur Spaß! Ja, ich hab hier auch Fässer, ne? Dann. Kann ich nicht mitnehmen. Oh. Entzünden Sie die... Achso, ne Laserpointer drauf. Auf deine Schale. Ja, warte. Okay. Sehr cool. Das gefällt mir nicht. Ich will nicht allein rum gucken. Vielleicht kann ich ja die Waffe aufheben. Verpiss dich, du Zombie! Ah. Geh mal hier hin. Bei dir da hinten an den Zaun und zieh runter. Was gehen würde? An den Zaun runter zielen. An die Scheibe. Hab ich noch. Spaß, ey, lass mich doch mal erkunden. Schön, dass du das schon kennst. Ah, hier. Gegenüber. Ja. Ne, ich kenn das nicht. Ich muss da ja selber nochmal gucken. Tut mir leid, dass ich halt schnell gucke. Ja, dann sag's mir nicht. Kontaler Sau. Okay, oben an der Decke. Bleib. Mit dem Spiegel. Ernsthaft? Ist jetzt nicht wahr, oder? Kannst du mal draufleuchten. Kann ich nicht. Ich liege. So, erstmal wieder zurück. Ich steh die Waffe aufheben. Okay, ich darf nicht zurück. Dann war das anscheinend nur ein Hinweis. Das ist sonst nix. Da ist eine Waffe und ein Schlüssel. Ich glaub, das ist... Weitere ist sogar... Hier ist Munition, die ich aufsammeln kann. Yes! Ach so, da. Die Waffe, okay. Ja, da kannst du auch die Munition aufheben. Ja, stimmt. Aufschützen wär's ja schon mal nice. Kann man jetzt nicht... Warte mal. Ging das nicht? Schieß mal die eine Glocke noch ab. Wo kein Feuer ist mit dir. Ja. Oh, bei meiner ist Feuer. Meinst du die da hinten? Ja. Da ist gar keine. Da ist gar keine. Ah doch, oben am Wetterhahn. Ach da. Jaja. Okay. Ach, Treffer. Na ja. Da ist einer. Und jetzt? Ach, da hinten ist noch ein Wetterhahn. Das sind alle. Ich fühle mich schlecht, wenn Antiken schießt. Ich hab' gar nicht gesehen, die eine. Läuten, sie fünf Glocken. Das ist mir grad eigentlich nur per Zufall wieder aufgefallen. Die Statue trauern, heiligen. Hier geht's. Aha. Okay. Nice endlich einen Sniper zu haben, ne? Hä? Nice endlich einen Sniper zu haben. Ich war nie gut im Sniper. Da ist ein Schlangensum. Ja, ich sieh's auch. Da in dem Symbol drin. Da. Ich muss mal kurz in die Einstellung. Hey. 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 Hey! 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 Helena! 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 Kann auch bitte sagen. Hey! Das kam grad so gut. So ganz normal. Hey. 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 Hey! Hey! Das kam grad so gut. Hey! 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 so Ähm, dann Granate. So schön mit einem Sniper drauf. Das sollte ja eigentlich am meisten Schaden machen. Wie der da hochklettert, ey. Hehehehe. Mit dem irgendwie an den Hintern schießt, sieht aus aus, als würde furzen, ey. Durch diese Gas-Teile. Wie zoomscht man mit dem Sniper? Umschalt. Umschaltsperre, du musst echt Capstock drücken dafür. Scheiße. Und das Lustige ist, wir atmen auch den Dampf ein, aber es passiert nichts. Ja, die sind... Anscheinend, wenn wir genügend Kräuter gefuttert haben. Oh, Alter, ranzoomen geht gar nicht. Was war das? Was ist das? Lol, da ist einer mit einem MG. Ich habe keine Heilung mehr noch. Echt nicht? Nee, ich habe nur noch ein Erste-Hilfe-Spray. So. Was war das? Ja, der hat sich so angespitzt, ne? Ach nee, das war dieses blaue Zeug. Das ist dieser Dampf. Leon! Das ist eklig. Naja, wir müssen erstmal die Minions beseitigen. Weg, 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 weg! Schnell in Deckung. In dem blauen Dampf. Ich habe da nicht getroffen, keine Frage. Headshot. Headshot. Kurzes Loch. Beim Herzen ist es ein Boss. Später wird es... Oh Gott! Steh doch auf! Aua. Okay. Ist doch hoch zu dem ja noch. Fack, 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 fack. Wo, 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 wo? Enten in der Ecke. Ah, ich bin auch umgefallen. Oh, jetzt wurde ich schon wieder rausgeworfen. Nein. Hn. 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 Wie viel Leben hast denn du eigentlich? Fünf glaub ich. Wie scharf es? Du hast hart wie viel ich habe. Eins? Ja. Ich weiß nicht welcher von denen lebt und welcher irgendwie behindert ist. Wauw! Das brauche ich mir. Wie lüb ich mehr? Blatsch! Ich liebe diesen Move! Ach, meine Ausdauer ist leer. Ihr frisst das. Dankeschön. Eine Pille habe ich noch. Woher habe ich denn die? Die habe ich glaube ich die ganze Zeit gehabt. Am besten ist es echt, wir warten kurz ab, bis alle wirklich weg sind und dann gehen da fokussiert auf den. Mhm, eigentlich schon. Scheiß auf Leben retten, wir wollen selber überleben. Herrlich. Könnten wir eigentlich nicht weiterlaufen? Nö. Entschuldigung, die Musik ist so scary, ey. Das ist so gut nach hübsch, ey. Das ist das Gute an den NG, Fritz. Du verlierst normalerweise immer nur ein HP-Teil. Weil die schießen dann so lange auf dich, bis es näher ist und dann fällst du um. Das ist halt normal so. Aber die haben auch als ich auf dem Boden waren, die weiter auch nicht geschossen sind. Na ja klar, das ist normal. Ja. Aber generell fällst du halt, sobald du eins verlierst, um. Oh, verpiss dich. Oh Gott. Lauf. Nein! Schieb sie doch nicht! Was? Wo kam der her? Scheiße. Ich konnte nicht mal zielen. Ach. Das wird wieder hier nichts. Scheiße. Boah, wie das da voll aufgerissen ist, ey. Voll übel. Leon. So, wir klären dann jetzt hoch. Ja, mach mal. Meinst du, es ist sinnvoll? Weil oben läuft da etwas fett hier hin. Okay, nee, lass das machen. Hier ist die Leiter. Äh, also ich bleib eh hier unten. Woher die hell ist das Ding gekommen? Schau an die Gäste! Schau an die Gäste! Ich kann das ganz schnell, kein Schaden. Boah. Aber mit dem Sniper schnell zu ziehen, ist sauerhart. Höh! Der hat mich durch den Boden getroffen. Äh, jetzt muss ich erst hochkommen, okay. Ja, ja, ja. Nee, nee. Eigentlich nicht, weil hier ist kein Gegner momentan. Irgendwie ist es gerade gut, die Schuhe von der Ausgröße zu haben. Ah, ungeheilt. Oh Gott, das hier kommt doof, dann gehe ich runter. Oh, ich habe, glaube ich gerade einen Zombie mitgerissen. Oh, ich habe den gerade das Messer in den Arsch reinkommen. Weg da, weg da! Okay, habe ich dich getroffen? Nein. Na ja, wir kümmern uns darum, sterben selber. Ha, 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 ha. Raus hier? Nee. Okay, der ist... Okay, aua. Okay, der hat es mir jetzt ganz schön besorgt. Ich benutze mal jetzt. Oh, fuck! Und er schießt weiter, fuck! Komm her! Komm her, komm her! Danke! Wozu haben wir sie? Achtung! Flatsch! Okay. Okay, gut, das zieht nichts ab, wenn man weit genug weg ist. Normalerweise, wenn du zu nah an denen dran stehst, geht der neben bla 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 runter. Auch auf normal... Leute, da liegt ein Erste-Hilfe-Spray. Echt, wo? Hier, bei mir. Okay, alles klar. Nice. Ist bei dir auch da? Ja. Ist saugut. Ich hab mal volles Leben, Leute, das sieht man selten, ne? Musst euch merken. Okay, da, du bleibst unten, du. Diesen Zombie. Was ist ja, Zombie, du? An sich haben wir ja gerade ihm noch keinen Schaden möglich gemacht, ne? Naja, ein bisschen drauf geballert habe ich schon. Ich vermute einfach mal, dass das Sniper eigentlich ziemlich stark ist. Das war eigentlich schon immer stark. Ja, klar, Sniper ist eh ultra. Er rotzt, glaube ich. Mhm. Und dass ich mich gerade hingeschmissen habe, ey. Man hat's gesehen. Okay. Boah! Du darfst nicht an ihm dran stehen und drauf schießen. So, ich kann keine nehmen. Ja, dann spritzt er ihn weg, ne? Ja. Okay. Lauf, 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 die Schlampe. Oh Gott, alles voller Zombies. Scheiße. Scheiße. Alter, fickt euch. Ist doch nicht cool. Einfach mal durchgerammt, ey. Er springt über dich. Okay. Er mit der MG. Du zackst, Alter. Nehm' ne Pille? Ja, hinter dir mal nenne ich noch einer. Alles klar. Ich hoffe, jetzt sind alle Minions langsam mal weg. Ich hoffe, jetzt sind alle Minions langsam mal weg. Oh, der lebt noch. Oh, der lebt noch. Oh, den hat der... Oh, dann lege ich ja auch meinen hin. Hier. Oh, der bringt ihn denn nicht zum in die Knie gehen. Warte, ich zieh ihn durch. Warte. Ich will nicht umarmen werden von dir. Ich glaube, der furzt wieder. Ja, furzt. Okay. Okay. Ja, direkt in der Mitte. Darf einfach durch. Und los. Läuft der da hin? Ich hoffe, der Nahkopf ist sogar am stärksten. Meinst du? Äh. Ich habe keinen Fernseh in der Sprengsatz mehr. Ich lege gleich einen. Ich lege einen hier auf dem Sniper. Kannst du mit dem Sniper auch Quickshot machen, ne? Ja, habe ich schon gemerkt. So. Wie liegt der jetzt? Oh. 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 Run, 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 run. Run, boy, run. Run, 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 run. Ja. Alter. Ja. Schönling, du. Ihhh. Oh, er hat was getroppt. Ein bisschen Abgase vom Körper. Warte mal, warte mal, warte mal. Bist du? Bleib mal stehen. Wir haben uns ja nur zwei gefehlt, aber ist egal. Ja, ich war, hatte nur noch eins. Tube 12. Sind jetzt alle tot außer uns? Jupp. Nein. Bestimmt dann schief wird, wenn du ein paar hattest oder sowas. Ja, da unten hätte man nicht hingehen können. Fässer. Jackpot. Hallöchen. Helena. Helena. Klatsch. Puh. Wenn sie speichern auf dem Bildschirm sehen, speicher hat das Spiel gerade automatisch. Du sagst nicht. Oh nein. Okay, lasst wir heute auch erstmal Schicht im Schacht machen. Wieso? Muss noch... ...es Dringendes erledigen, was ich jetzt nicht den Zuschauern preisgeben möchte. Ich wünsche mir, dass ich Gott uns gerade für uns schaut. Aber ich denke, dass wir uns selbst sind. Weißt du von sowas unter einer Kathedrale? Gut, dann machen wir halt mal Schluss für heute. Dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme wieder, ne? Ja. Würde ich auch sagen. Schlampe. Ja. Ja, hau die Wand erstmal. Gut. Doch. Gut, dann... ...rück dich mal. Ja. Okay, okay, okay. Nicht zu nah kommen. Wollte sie nicht noch einen Eindruck holen vom nächsten Raum? Ne, 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 ne. Das soll schön unerforscht sein. Gut, dann... Jo. Bis zur nächsten Aufnahme. Tschüss.